Ja, da gibt es noch etwas, was ich zu erwähnen habe, das mit dem Attentat nichts zu tun hat. Und ich sehe es noch ganz klar vor Augen. Es geht doch, Kasper. Da habe ich das Meer gesehen. Ich habe einen Berg gesehen. Und viele Menschen, die sind auf dem Berg aufgestiegen, wie in einer Prozession. Da war viel Nebel. Ich konnte es nicht ganz klar sehen. Und oben, da war der Tod. Untertitelung des ZDF, 2020 Falls du jemanden kommst. Aber ich mache ihn nicht. Ich komme auf dem Georgen. Das ist wichtig. Also, das ist nicht geboten. Wenn ich das nächste Mal auf aus dem Schiffkarten habe, Ich weiß es noch nicht. Es ist wichtig. Amen. Amen. Amen.